Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbadys und damit auch willkommen bei einer neuen Aktien-Schau. Im heutigen Podcast geht es um die weniger starke Inflation im Euroraum, beziehungsweise auf Monatsbasis gesehen die sinkende Inflation. Um AMD, die konnten trotz eines schwachen PC-Marktes profitieren. Ebenfalls Zahlen vorgelegt hat Novo Nordisk. JP Morgan hat übrigens TeamView abgestuft. Dort geht es nun weiter bergab. Danach geht es nochmal um AMDs Konkurrenz Intel. Hier wird es nämlich Gehaltskürzungen geben. Und zu guter Letzt schauen wir uns PayPal an. 7% der Belegschaften müssen gehen. Fangen wir also direkt an mit der Inflation im Euroraum. Die sank im Januar nämlich deutlicher als erwartet. Und zwar im Gegensatz zum Vormonat, also im Gegensatz zum Dezember um 0,4%. Und im Gegensatz zum Januar 2022 ist sie in Anführungszeichen nur um 8,5% angestiegen. Das sieht damit also gar nicht mehr ganz so schlecht aus. Denn Volkswirte hatten tatsächlich mit mehr gerechnet. Die hatten mit einem Anstieg von 0,2% gerechnet und eine Jahrestaurung von 9,1% prognostiziert. Vor allen Dingen wieder mal die höchsten Raten hatten Lebensmittel, Alkohol und Tabak. Die verteuerten sich nämlich mit einer Rate von 14,1%, Energie von 17,2% und der Rest war da nicht ganz so stark. Zum Beispiel Industriegüter ohne Energie 6,9%, Dienstleistungen nur um 4,2%. Und damit springen wir jetzt auch zur nächsten News. Dieses Mal geht es hier um eine Aktie oder ein Unternehmen. Mehr gesagt AMD, denn die konnten trotz des sehr schwachen PC-Marktes mit ihren Rechenzentren profitieren. Insgesamt legte AMD beim Umsatz im Jahresvergleich um 16% zu auf rund 5,6 Milliarden Dollar. Das sind ungefähr zumindest 5,1 Milliarden Euro. Unterm Strich gab es auch noch einen Gewinn von 21 Millionen US-Dollar. Vorher waren es noch 974 Millionen US-Dollar. Bei den PC-Chips hat sich der Umsatz rund halbiert auf 900 Millionen US-Dollar und auch ein Verlust wurde hier eingefahren von knapp 152 Millionen US-Dollar. Allerdings konnte man mit den Rechenzentren extrem profitieren. Dort ist der Umsatz von 1,16 auf 1,65 Milliarden US-Dollar angestiegen und man konnte einen Gewinn von 444 Millionen US-Dollar erreichen. Springen wir mal zu den nächsten Quartalzahlen, die vorgestellt wurden. Und zwar geht es hierbei um Novo Nordisk. Denn die Dividende wird erhöht. Außerdem gibt es noch Aktienrückkäufe im Volumen von 28 Milliarden Dänische Kronen. Das sind ganz knapp gerechnet 3,8 Milliarden Euro. Der Nettogewinn stieg dank der sehr hohen Nachfrage von 10,89 auf 13,59 Milliarden Kronen. Damit konnte man sogar die Analystenschätzungen übertreffen. Die lagen bei 13,08 Milliarden Kronen. Und gleichzeitig konnte man auch noch ein Wachstum vorweisen von 25 Prozent. Also ein Umsatzwachstum auf insgesamt 48,09 Milliarden Kronen. Auch hier konnte man über den Erwartungen performen. Die lagen bei 47,26 Milliarden Kronen natürlich. Im Jahr 2023 rechnet Novo Nordisk auch wieder mit einem Umsatzwachstum und einem Anstieg des operativen Gewinns zwischen 13 und 19 Prozent. Kommen wir mal zu dem mal wieder abgestraften TeamViewer. Denn JP Morgan hat TeamViewer auf Underweight abgestuft von neutral. Das Kursziel wurde ebenfalls gesenkt von 12 Euro auf 11 Euro. TeamViewer ist aktuell rund 8 Prozent im Minus. Damit sind sie aber nur ganz ganz knapp von der 12 Euro Grenze entfernt irgendwo bei 11,80 Euro liegen sie aktuell. Das heißt also zum Kursziel ist es auch noch etwas hin. Die steigenden Investitionen drohen einfach die Profitabilität zu schmälern. Und genau das ist auch das Problem. Die Markterwartungen für das laufende Jahr sind schlichtweg zu optimistisch. Und damit kommen wir jetzt auch zum großen AMD Konkurrenten. Und zwar Endl, die hatten ja ihre Quartalzahlen schon vorgestellt. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Die waren ja wirklich schlecht. Jetzt muss auch irgendwas passieren. Und zwar ist es so, dass es Gehaltskürzungen geben wird. Nicht bei den, ich sag mal, ganz normalen Mitarbeitern, sondern eher bei Mitarbeitern in höheren Bereichen. Das heißt, das Grundgehalt wird bei Mitarbeitern auf mittlerer Ebene um 5 Prozent gesenkt. Und auf der hohen Ebene, also bei den Vorstandsvorsitzenden, auf bis zu 25 Prozent andere Top-Führungskräfte des Unternehmens müssen mit einer 15-prozentigen Kürzung rechnen. Außerdem sind die vierteljährlichen Prämien ausgesetzt. Das soll insgesamt dabei helfen, dass man weiter die Investitionen natürlich liefern kann, die man liefern wollte, beziehungsweise investieren kann, was man investieren wollte. Und außerdem kann man damit die gesamte restliche Belegschaft unterstützen. Zu guter Letzt geht es auch um PayPal. Dort gibt es keine Gehaltskürzungen, sondern dort gibt es ein Mitarbeiterentlassen, beziehungsweise eine Massenentlassung. Es sollen wohl rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen. Insgesamt sind das rund zumindest 7 Prozent der Beschäftigten. PayPal hat im vergangenen Jahr große Fortschritte dabei gemacht, Kosten zu senken. Nun müsste man aber mehr tun. Viele Unternehmen in der Tech-Branche leiden gerade und da ist PayPal halt eben mit eins davon. Deswegen müssen diese Entlassungen nun kommen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke drücken und so weiter und so fort. Würde uns auf jeden Fall freuen und damit danke fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.